Das war der deutsche Feld. 7 zu 4, jetzt wieder ein bisschen besser eingestellt. Starker Stockball und dann wieder. Wir sind im dritten Satz. Die ersten beiden Sätze mit 11 zu 8 zunächst für Opschorov, dann 11 zu 9 für Bock. Mit wenig Höhepunkten, aber das ändert sich ab diesem Satz. Die wohl deutlich stärker als in den ersten beiden durchgehend. Das gute Mann, das sehr gut können, sehr viele kurze Ballwäsche, unspektakulär. Und jetzt endlich Tischtennis mit Pirouette, wie Sie jetzt gesehen haben. Um die eigene Achsel drehte sich der Opschorov. Tempo wechselbar toll. Da versucht er dann, auch aggressiv dagegen zu gehen. Ja, da kam Rodelia voll. Krianga 2nd, sehr weit weg von der Defensive. Das ist der Rally. Und die Punkt geht zu Krianga. Ein wunderbar Rally, beide Spieler stehen wie weit weg als möglich. Und das ist die Punkt für die Grieke Spieler. Die Titel für die sehr erste Mal. Die Titel für die Krianga. 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 Untertitelung des ZDF, 2020